Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite bei uns hier auf dem Kanal sofort und gleich. Ja, es ist jetzt rausgekommen. Wir hatten noch über neue Items gesprochen in unserem letzten Update-Video. Und hier ist es. Das ist jetzt kein... Ja doch, das ist das Movement-Item. Das ist die Grappling-Gun. Mega, mega nice. Wird jetzt rauskommen mit dem nächsten Update das Ding. Ja, ist die Frage. Da könnt ihr euch dann wahrscheinlich direkt zu den Gegnern hochziehen oder so. Ich bin gespannt, wie sich das Ding hier noch... Oh mein Gott, das wird ein ganz, ganz heißes Gameplay werden. Ja, das wollte ich euch nur zeigen. Also, wenn es euch interessiert oder sagt mal eure Meinung dazu. Wie denkt ihr über die Grappling-Gun? Haut rein, macht's gut, bis dann und ciao.